hallo und herzlich willkommen liebe zocker freunde zu einer weiteren folge battlefield einfach mal so gemäzel mit dem hallo grüß sie ja grüß sie zurück und wir wollen es knacken lassen hier so ein bisschen so eine team der es mit unser lieblingsmodus ich wollte sagen also mein lieblingsmodus da jetzt war glaube ich eroberung oder das war eroberung das werden wir sonst mal nachher auch mal aufnehmen vielleicht nachher oder später oder keine ahnung auf jeden fall killen wir jetzt erstmal wieder haben schon zwei runden vorgezockt und waren immer auf platz 1 mit 50 zu 0 und so also es geht richtig genau heute läuft läuft auf jeden fall wir haben den wallhack ausgeschaltet die cheat engine auch den import das waren noch die guten alten zeiten mit wallhack und import bei counter strike ich kann mich da noch dunkel erinnern also zeiten während du maus und tastatur durch die gegend geschmissen hast weil du sagt es kann nicht sein ich war schon längst hinter der mauer oder hinter dem karton und du warst trotzdem tot mir dauert das irgendwie immer ein bisschen ich wollte vom kriegs jetzt alter da habe ich ihn gerade noch so mit der pistole gekriegt hat sich deine aktuellen position ist ein feindlicher scharfschütze wir sind sogar beide wieder im gleichen team wir sind wieder in team also ich sollte auch mal die glas scheibe vorher kaputt machen klicke mich hier auch immer ganz gerne mal rauf ja nein um eigentlich den dd den in den spot zu machen noch die beiden sniper hoschi star du weißt ja wie es ist naja haben einfach nur ein langes gewehr weil sind klein schniedelwurz haben so ist das halt ein sniper warum spielst du so oft sniper deswegen kann ich kein sniper spielen mit meinem langen dödel gar nicht wüsste alter wo ich mich da am besten hinlegen sollte gut jetzt kompensier doch nicht deinen kleinen so wo ist er denn jetzt hier ich habe nur noch sechs gegen was warst du denn da kommt zurück sind schon zu wenige es sind sechs nur ach jetzt ist doch auch schon wieder so ein wallhack scheiß alter da hat er alle sie niedergebratzt du mit der p90 wieso kann ich jetzt hier nicht hoch springen alter wieso fester da nicht an das sind sind immer so eine aktion alter wo ich immer sage wieso wieso tut er das hier so irgendwie ist gerade ruhig hier auf dem server ich habe die farmers freigeschaltet und ich habe den sniper ja oder der sniper hat mich erwischt farmers im battlefield 3 war noch okay aber hier nicht mehr ne also brauche ich gar nicht auswählen oder was also es gibt auch leute die damit klarkommen das ist nicht meine Dankeschön 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 ach schmockling das gibt es doch nicht kann nachher noch irgend so ein schnagge hofer gesprungen mal meine lieblingswaffe versuchen vielleicht klappt es damit die auk die ace 52 die auf war so in battlefield 3 meine lieblingswaffe oh man wie er smoke linge na der typ holt mich auch die ganz schön oft naja der spielt auf jeden fall mit wallhack und aimbot da ist er schon wieder und aimbot oh man nur weggesnipet werde ich hier wo ist er ah scheisse alter schon wieder smoke linge alter blöde wallhacker da wollte mich jemand messen ist ja lächerlich hast du ihn abgewehrt und ihn selbst ermesset ne hab ihn einfach auf der karte gesehen und hast ihn denn ermesset oder was ja hab ihn dann einfach erschossen wie jetzt hast du ihn einfach erschossen hast du hier keinen Waller geben alter der ist dieses drei messer geben ist das ihr wisst ja er ist ne achso da sind keine finster mit an ok jetzt stirb doch du Hurenbock alter der ist der ist ähnlich ein bisschen ach schon wieder ich hab den scheiss sniper gesehen alter ach ihr mit euren kleinen schwänzen alter kann nicht wahr sein doch der ist der übelst unter beschuss ich weiß nicht von wo ne ich höre wieder fuller ach man ist doch nicht wahr ach unsere gegner haben ja sagen irgendwie alle nur noch kleine pimmels alter Man kann es nicht anders beschreiben. Ich hab mir gerade schön aufgeräumt, ey. Ich bin gut gespottet, da hatte ich alle vor mir. Sehr gut. War echt nice. Die Hälfte wäre geschafft, Männer! Dann bleibe ich dir mal an deiner Fersen. Oder kann man die Schuss sagen? Nein, du sollst mich die Clicks klauen. Ich will jetzt in dieser Runde auch mal jemanden besser. Ja! Warum klaust du mir den Kill? Weil ich das darf. Weil ich hier der Regisseur der Aufnahme bin. Hey! Regisseur. Ich bin hier der Regisseur. Ja! Ach man, dieser M7er, ey. Ach, zwei Mann gleich um die Ecke gewesen. Man kann doch mal wenigstens einen mitnehmen, Incheskinder. Ja, theoretisch kann man das aber halt, Alu. Sag nix, Moin-Glad. Sag nix. Feige. Feige. Alter, nicht so geil. Du von den Kader. Ach, Mann, ich will die... Ach, Mann. Von hinten! Wie er genietet, Alter. Ja, das steht aber ganz gut für uns. Hier steht es ganz gut für uns. Gucken wir mal die HR Leute. Oh, ich töte die... Wie hat mich Tigger denn jetzt bitteschön bekommen, wo ich hinter der Wand war? Dankeschön. Ach, hat mich ein schlechtes Aim gerade. Ah! Smokling, wie der hat uns beide... Ne, noch nicht. Deinen Kollegen hat er nicht erwischt. Ja, ja. Ah. Es läuft. So, hier kommt man ja nicht mehr. Ja, lass mich doch mal raus hier mit dem Büsch, Alter. Ey, das kann doch nicht sein, Alter, dass denn... Wenn ich da in der Ecke einen töten will, Alter, dass dann aus 20 Ecken wieder Freunde von ihm kommen. Ist ja wie bei den Ratten hier, Junge. Willst du da eine Ratte töten, kommen 20 Mäuse. Gott, der Ball, Leute. Diese Wortspiele vergleichen hier mein Gott nicht. Hehehehe. Na, dann misst der hier einen Zocker hat's drauf. Na, wenn er da nun irgendwo so steht oder so, dann hat er's auch nicht anders für die Da ist die Runde, weil du wieder vorbei hast, ja. Da ist die Runde, weil du wieder vorbei hast, ja. Seite zu! Nur noch fünf Zeilen ausschalten! Komm schon! Jetzt sind es nur noch drei! Also an die Arbeit! Jetzt ist es nur noch einer, Ehebrechung! Nur noch einer! Reisus! Reisis! Dank mir haben wir ja gewonnen. Ja, ich sag mal, die HR-Leute haben einen guten Job gemacht. Ach, Mann. Gucken wir mal. So, krieg ich noch meinen nächsten Rang? Ich glaube nicht ganz. Aber wir haben die Farmers freigeschaltet. Total top. Ich hab ein bisschen auch Pistol gemacht. Ein paar Ordensbänder. Aber den nächsten Rang hab ich nicht. Oh, ich bin Platz 6. Ja, die beiden HR-Leute haben's tatsächlich gerissen. Aber wieso hast du deinen in Klammern und er nicht? Ähm, weil er seinen im Origin-Namen hat und ich hab meinen halt nur als Clan-Tech hier im Battlefield. Uh, sehr clever. Sehr clever. Und er ist jetzt weggegangen. Er geht jetzt schlafen, ne? Er geht jetzt schlafen, ja. Wollen wir jetzt noch eine Runde machen für die Zuschauer? Ja, ich würd noch eine mitspielen, ja. Eine, einer geht noch, ne? Hier, Nachmittags um 3, Alter. Nachmittags um 3, ja. Nachmittags um 3, ja. Nachmittags um 3. Sonst hätte ich ja 15 Uhr gesagt, ne? Ja. So, gucken wir mal, was jetzt schönes kommt. Hoffentlich nicht spinnend. Ich glaub aber fehlerhafte Übertragung. Ja. Äh, ich bin so gut. Ich kenn schon die Kartenkotation. Ja, das ist auch noch ne ganz geile Map. Wie gesagt, Zowat 3, 1, 1. Und Spin, find ich jetzt, äh, sind die schlimmsten Maps. Auf Team Deathmatch auch. Ja. Weil hier immer so, so, so dunkel und so. Ach. Einmal scheiße. Obwohl Starboard, find ich nicht nochmal. Ja, ne. Ist mir zu viel grün und immer dieses oben und unten. Und dann dieses ganze gesniper auch. Da ist das richtig jetzt. Also wenn da ne, wenn da ein Team voller Sniper ist, dann hast du da auch richtig, oh, da bist du richtig am Kosten. Aber fehlerhafte Übertragung ist sehr geil. Oh. Jetzt geh doch mal weg, ey. K-Frame. Ne, Leonardi. Ah, das ist wieder gewesen. Irgendwas war passiert. Ich glaub ich hab irgendwas freigeschaltet. Oh, wie wohl hat sich das so angehört. Ah, unser. устить. Hier kann man jetzt nicht mehr rücken. Oh, ja. Dann komm da rein! Dann komm da rein! Oh! In die Dings gehen, seh' ich grade. Kann man in die Bauwagen nicht mehr reinhüppeln. Ich hab' nicht was von mir willst. Die Bauwagen, die konnte man ja sonst bei Battlefield 3 auch immer schön reinspringen. Ich hab' vielleicht gemestert. Ja, bestimmt. Ich werd' hier eiskalt weggemestert. Ich komm... Ach, da oben hat er mich gekehrt. Ich stand hier so schön auf dem Dings. Es war ne schöne, gute Position, um auf die Spot-Punks der Gegner zu zielen. Komm, wo denn? Ich schieß' da noch nicht. Lass mich doch in Ruhe. Lass doch mal stehen, Alter. Kann ja nicht sein, Alter, dass die hier immer abbauen wollen, Alter. Ach, jetzt hör' doch auf. Jetzt hör' doch auf zu schnacken. Nico ist noch noch Erster. Was ist denn los? Wieso muss das sein? Ja. Muss das sein, wenn wir Hero Kitty online spielen, aber nur nicht Battlefield. Was sollen die denn jetzt hier alle? Geht's nach? Komm mal her hier zu mir. Nein. Komm mal her zu mir! Lass mich. Ja, komm ich zu dir. Lass mich. Ich hab' eigenes Medic. Ich dachte eben grad du hast Nazi irgendwas gesagt, das hatte sich auf jeden Fall so angehört, ja, das hatte sich so angehört. Ja, jetzt hat mir mal mein Kill geklaut, Alter. Geht's noch? Was passiert? Das war bestimmt der Havoc. War ich ja auch. Ja, scheiße, ich werde wieder noch gegen die Waffe fallen. Wie hell ist das denn? Der nächste weggeholt. Wir sind ein bisschen zu weniger auf der Seite. Erstmal den Leonhardi weggerissen hat. Ja, sehr schön. Ich habe leider keine Munition mehr, was ist mit Blumen? Pistol. Jetzt habe ich fast selber weg. Scheiße, jetzt sind sie gerade wieder alle auf dem Spawnpunkt bei sich. Ding 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 Ding. Ding 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 Die Hälfte wär' geschafft, mein Junge. Hat er mich mit der Gadget-Kanone abgeknallt. Der John Topper, Alter. Ach, Mann, von oben. Er kämpft so auf der Treppe, ey. Ich hab ihn umgenietet für dich. Sehr gut, junger Padawan. Weg. Ach, jetzt ist es doch gut. Ich sterbe jetzt hier noch. So ein Flöber mit der Eingang. Ach, hier hat der Heilschirm nicht funktioniert, Oli. Der scheiß Heilschirm hat nicht funktioniert. So, wächst du mich wieder auf da? Ne. Mann, natürlich nicht. Hilfe zählt als Kill. Ich will doch keinen Hilfe-Kill jetzt. Halt doch raus damit. Mann, immer hauen die ab die... Haha. Ist okay, hilft, okay. Ach, dreckiger John Topper, Alter. Ne, dreckiger John Topper, Alter. Bade, du. Aber es läuft, es läuft, liebe Zocker-Freunde, es läuft. Und es läuft wie kleine, äh, hungrige Muschinenäuse, während sie... Für den Rest einfach noch bis ins den Elben-Scheiß. Fuck, Hedge. Wir lassen uns, wir müssen... Wir werden stunned! Wir werden von Häbenst an Indien erじゃn ge kannst. Hier ist es, hier ist es! Hier ist es! Hier ist es! Ihr medizinische Hilfe! Oh! Jetzt müssen wir hier mal jemanden Jetzt müssen wir hier mal jemanden Tack! In die... ...Skele Jetzt kann doch mal auf meine Helm kommen hier! Ich will da auch noch ein Messer hin! Das tun hier alle wild, mein Freund! Ach! Scheiss John Tupper, Alter! Das finde ich richtig fies hier, mein John Tupper! Mann, wo kommt er denn her? Ja, er überlebt mich neben einem Feind wieder, das hört es bei ihm nicht! Was ist das denn jetzt? Sind wir noch auf 12? Wehen wir sie uns! Tief! Sie wollen! Wart mal los! Jetzt nur noch drei, teams schon, nur noch drei! ich habe ihn gemacht den letzten kill habe ich gemacht mit der pistol liebe zocker freunde so und nicht anders geht also wenn der herr war gehen wir auch nicht eine runde team der spiel so wir schauen mal ganz kurz kriege ich da noch genügend ich glaube der nächste rang ist schon fällig guck mal taschenlampe habe ich glaube ich irgendwie noch freigeschaltet und da ist es die nächste beförderung jetzt bin ich lernte dritten art user in your channel und da verabschiedet sich herr wo gehen wir schon schneller als er eigentlich will und wir sind raus und bedanken uns fürs zuschauen und sagen